Palma, Paris, London, New York, Los Angeles, Miami, Mainz. Spontanität, Offenheit, Kreativität, Humor, mein Autofahrstil, dass ich fliegen kann. Mein Handy, mein Portemonnaie, meinen Schlüssel, eine Parkscheibe. Meine Frau ist eigentlich immer dabei. Roher Fisch. Sushi. Ja? Ja. Stimmt. Mann, du verrätst mich hier. Also was ich nicht mag, gestört zu werden, zu viel Zucker, zu viel Fett, wenn es nicht schmeckt. Viel Zeit mit meiner Tochter, eine Reise nach Mallorca und einen Geburtstag ohne viel Trubel. Launisch, wenn ich nichts zu essen bekomme, manchmal zu ehrgeizig. Wer ist es? Ach so, stimmt, das mache ich auch immer. Manchmal gibt sie mir Steine zum Essen, dann soll ich die probieren sozusagen, weil sie weiß, dass sie den nicht essen darf. Und dann gibt sie mir den, dann nehme ich den hier vorne auf die Lippen, spucke ihn aus und mache und blablabla. Das finden sie so lustig, lacht sie drei Minuten. Wiener und Fisch. Untertitelung des ZDF, 2020